Da ist was dran. Da ist was dran, Alter. Jawollski. Jawollo. Und damit herzlich willkommen zum nächsten Video hier in Russian Fishing 4. Auf den Brocken, Alter. Auf den geht es heute hier. Man sieht schon der weite Horizont. Mal wieder am Ladoga, nachdem hier die dicken Brocken gezogen worden sind und Trophys gefangen wurden und so Sachen. Muss ich natürlich mal gucken, was denn da so geht auf die Saiblinge. Ja, und da geht direkt der Nächste schon wieder rein. Ja, Paddy zockt, die alte Krachladde. Der hatte die Tage hier im Discord reingeschrieben. Alten, da ist sie. Meine Trophy gefangen. Hab ich gesagt, ja wie denn jetzt, Alter. Kann doch nicht sein. Mal so eben 20 Minuten geangelt oder was er gesagt hat. Zack, war die Trophy da. Ähm, ich will auch. Ich will auch. Schön hier entspannt auf Jig. Natürlich mal wieder am Ladoga und im Idealfall ein bisschen was rausziehen. Wie immer mal wieder hier blind einfach hingedüst sozusagen und geguckt. Ja, kriege ich da den auch hin? Äh, oder sind da nur andere irgendwie in der Lage, diese Fische rauszuziehen? Und, ähm, ja, ausprobieren. Die ersten zwei Kleinen sind da. Fühlt sich schon gut an, ne? Fühlt sich gut an. Ich bin hier, ich weiß noch nicht, wie schnell ich hier durchjigge. Bis jetzt bin ich relativ langsam hier unterwegs. Doch, da ist wieder was dran. Schon wieder was dran. Aha! Barsch! Haha! Ich dachte schon, hier gibt es keine Barsche, ey. Hab extra mein Lucky Barsch-Shirt angezogen, damit hier auch die Dicken rangehen. Und ganz ohne wäre ja auch ein bisschen boring, ne? So. Absinken lassen. Einholgeschwindigkeit 16. Komm, wir machen mal schneller hier. Probieren wir mal ein bisschen auf 25. Zack! Ziehen wir mal ein bisschen schneller durch. Aber wir müssen ja auch noch in den Jig reinkommen. Das heißt, ähm, der Jig-Kopf, der muss ja auch immer noch wieder runterfallen. Ich mach mal eine Umdrehung. Relativ große Jigs sind das jetzt. Also schnell einkurbeln und eine ganze Umdrehung sozusagen. Das heißt, der macht große Hüpfer über dem Grund. Gucken wir mal, ob das irgendwie triggert. Sonst bin ich ja gerne mit meinem Setup hier und meiner Übersetzung an der Rolle mit einer Zwölfer unterwegs und einer halben Umdrehung. Also eher diese ganz kleinen Hupser über den Grund. Naja, mal gucken, ne? Vielleicht triggert das ja mehr. Oder ich mach nur eine halbe Umdrehung bei dem Tempo. Zack, da geht wieder einer rein. Und der hat sogar ein bisschen Speck an den Rippen. Ja, auf das Setup gehen wir natürlich auch ein. Geklippt haben wir hier. Selbstverständlich nicht. Hahaha. Da ist er kurz unter der Trophy. Der nächste Dicke. Nehme ich alles mit, Alter. Da kenn ich doch nix. Die nehmen wir doch alle mit, die dicken Barsche. Okay, eingestellt. Gucken wir mal hier auf die Rolle. Dann sieht man das auch ein bisschen. Zack, halbe Umdrehung. Aber, wie gesagt, mit den Umdrehungen und den Tipps und Tricks. Jetzt die Tage wieder gehört. Ja, du musst mit der und der Geschwindigkeit. Leute, das muss doch mittlerweile mal angekommen sein, dass man das so pauschal nicht, zack, so pauschal nicht machen kann. Das ist doch immer abhängig von der jeweiligen Rolle, die man hat. Und dem Setup sozusagen. Man kann nicht einfach sagen, Einholgeschwindigkeit 11 und du gewinnst. Also so ein bisschen, so ein bisschen auch mal mitdenken. Auch für, gerade wenn man schon ein paar Monate oder Jahre im Game dabei ist, dann muss man doch auch sagen, ja, Alter, guck mal auf dein Setup. Wenn man exakt das gleiche Setup hat, dann macht das vielleicht Sinn. Dann kann man da sagen, joa, so ist es. Können wir gleich einstellen. Aber wer hat das denn schon? Ansonsten einfach gucken. Ich würde sagen, tendenziell kann man sagen, langsames Jiggen, schnelles Jiggen. Langsames Einkurbeln mit dem Spinner, schnell. Oder vielleicht noch so ein Mittelding da reinhauen. Oder man sagt so, tendenziell gegen... Es ist halt, es gibt so viel, es wird so viel Dogma da rausgemacht. Es wird alles so, ja, aber wenn du nicht mit der 35 einkurbelst, dann wird das nichts. Und dann ein völlig anderes Setup. Deswegen einfach mal entspannt hier durchjiggen, solange man hier die Jigführung drin hat, solange man damit klarkommt. Und solange man was fängt, Alden, dann ist doch alles Tutti. Rausziehen. Ne, reinwerfen, rausziehen. Oder am besten ballert hier noch gleich die Trophy rein. Gucken wir uns gleich auch nochmal das Setup an und die saugen genaue Position. Ich glaube, so richtig klar zu erkennen, wo das hier ist, fällt an der Position dann doch ein bisschen schwer. Wobei man sieht ja hier die Koordinaten immerhin noch. Ja, ich glaube, ich werde gleich mal wieder auf langsam machen. Das schnelle, das schmeckt mir irgendwie nicht so. Dass wir auch direkt zwei Barsche reingegangen sind. Das ist ja nicht Zielfisch. So wollen wir das ja nicht. Ja, und jetzt so langsam ist der ja, schon straight nach unten. Ach, guck mal, schon reingeholt er. Also, raus damit. Ich stelle bei mir wieder runter auf meine 12. Lass ihn erstmal entspannt absinken. So. Ach ja. Und da kann man hier so eine schöne... Ich habe das Gefühl, dass das... Also es fühlt sich gar nicht so tief an. Beziehungsweise ich glaube, es ist eher... Es ist eher auch eine Art der Montage, dass das relativ schnell absinkt. Wir müssen auf jeden Fall gleich mal reingucken in die Montage. Dass man sich da ein Bild von machen kann. Zack, ist wieder einer dran. Siehst du? Also für mich... Für mich funktioniert das sehr langsame Jiggen hier. Das ist irgendwie für die... Saiblinge und Co. Für mich immer deutlich angenehmer. Ja. Also. Das ist das... Set. Relativ fein. Nehmen wir jetzt mal die Route wieder außer Acht. Damit könnte ich natürlich auch dickere Brocken ziehen. Aber vom... Oder die Rolle natürlich auch. Können wir auch außer Acht lassen. Hier kann man natürlich auch eine Rolle nehmen mit einer Bremskraft von... 10 Kilo ungefähr. Auch das ist durchaus möglich. Das Setup dementsprechend zusammengebaut. Denn hier... Das Vorfach ist jetzt auf 9 Kilo. Auch da spiele ich wahrscheinlich gleich nochmal ein bisschen mit rum. Das heißt, ich werde gleich bestimmt nochmal testen auf deutlich feinere Montage. Und möglicherweise gehe ich auch nochmal auf diese Mikro Braids. Vielleicht doch nochmal mit geflochten testen. Mal sehen, ob da was funktioniert. Simple Jig-Montage. Das heißt, jeder, der auch schon 20 Mal irgendwie Spinning betrieben hat, hat wahrscheinlich schon Jig-Montage freigeschaltet. Und kann das hier versuchen. Maggot, bitte mitnehmen. Wenn ihr irgendwo seid, wo es einen Shop gibt, dann da kaufen. Denn hier sind sie immer wieder ausverkauft. Immer wenn sowas funktioniert. Ich habe noch gar nicht in eine Rekorde reingeguckt. Aber immer wenn sowas funktioniert, sind die Köder natürlich dann auch... ratzfatz ausverkauft. Von daher am Wolcho oder so erstmal ein bisschen shoppen gehen. Passende Montage. Haken. Den Jig-Kopf. Vierer Größe. Vielleicht könnte man auch einen Einser nehmen. Kann ich auch gleich nochmal testen. Einser kann ich mir auch gut vorstellen. Wenn das das Wurfgewicht mitmacht hier bei mir. Da ist meine Route schon eher so im mittelschweren Bereich unterwegs. Da bin ich schnell am maximalen Wurfgewicht. Noch geht das hier aber. So kann das sein. So kann das laufen. So. Schön entspannt durch. Zack. Und da geht schon wieder einer rein. Ja, ja, ja. So darf das gehen. So darf das gehen. Das ist auch so geil, ne? Wenn du halt so langsam jiggst, da siehst du halt sofort, dass der Dich der Barsch da reinballert. Aber was für dicke Barsche. Ich war gerade noch kurz am Wolcho mit dem zweiten Account. Gerade noch am Wolcho. Und hatte da dann auch ein Acht-Barsche-Auftrag eben abgearbeitet. Ging echt ganz gut, ey. Ratzfatz erledigt. Guck mal, jetzt fällt mir gerade auf hier. Es gibt ja noch dieses Vorfachsmaterial. Das ballere ich mal drauf. Vorfachsmaterial. Probieren wir das mal. 6, noch was Kilo als Vorfach. Bremse wieder ein bisschen runter. Vielleicht funktioniert auch Vorfachsmaterial. Immer wieder spannend, ne? Mit welchen Variationsmöglichkeiten man so hat. Zack, da sind wir in der Jig-Führung drin. Das ist halt immer geil, ne? Man hat einen Spot. Und dann rumspielen, optimieren, ein bisschen verändern. Einfach vielleicht mal übertreiben. In beide Richtungen. Sehr, sehr groß, sehr, sehr klein. Mit ähnlichen Ködern. Na, ist schon nicht schlecht. Auch ähnliche Köder. Wenn man jetzt sagt, hier der Maggot in Rot, der funktioniert. Dann vielleicht auch einfach mal was ähnliches Rotes, knallrotes mit reinballern. Vielleicht glückt das ja auch. Kann mir auch gut vorstellen, dass hier auf der rote Schaumgummi, der selbst gemachte oder so Sachen, dass das funzt. Ich bin schon mal froh, dass hier auf jeden Fall, dass hier schon mal ein Biss reingekommen ist. Und auch noch Zielfisch. Also, mit dem farblich getarnten Vorfachsmaterial auch da ballert es rein. Ich würde sagen, ich angle jetzt hier erstmal noch ein bisschen weiter. Achso, ich habe die Position noch gar nicht gesagt, ne? Machen wir mal eben hier die Map auf. Da! Alden! Das ist doch mal was. Hinterm Leuchtturm hier und dann hier so in diese Rinne da rein. Ne? Wenn ich da mal so in Richtung... Da! Da geht es hin. Da geht es hin und da kommt er raus. Im Idealfall. Aber nun fleißig weiterjicken. Frequenz, würde ich sagen, lüppt bis jetzt. Größe lüppt. Und von daher abgejickt und rausgezogen. Und dann gucken wir uns das Ganze gleich mal an. Nach so einer halben Stunde mal wieder. Also, was haben wir denn jetzt hier zusammen? Ich habe in der letzten halben Stunde noch rumprobiert und rumprobiert und rumprobiert. Und ich kann sagen, das Original lüppt am besten. Also, mit einem Maggot, mit einem, ich sage mal, mit einem 6er bis zu einem 1er Haken funktioniert. Also mit dem roten Maggot und dann diese Hakengrößen. Und das lüppt mit einem Schaumgummi in rot funktioniert auch. Ich hatte dann noch andere Farben von Schaumgummis probiert. Da war irgendwie meistens gar nichts. Ich hatte andere rote Köder und Gummiköder und weiß der Geier, was alles durchprobiert. Auch nicht der Burner. Und jetzt gerade, wo es wieder hell wurde und so langsam mein Bootsticket ablief, habe ich dann doch nochmal schnell den roten Maggot wieder rausgeworfen, weil ich dachte, na, vielleicht geht ja auch gar nichts mehr. Doch, es kam sofort wieder der Bach-Saibling rein. Das ist also jetzt das Ergebnis. Gucken wir uns das Ganze mal eben an. Die erste halbe Stunde. Da sind wir hier irgendwie bis zu dem Barsch ungefähr. Sind wir bei knapp 90 Silber. Also nach den Preisen sortiert. Hier unten natürlich wieder die schönen Brocken. Alles, was so im Kilo-Bereich ist, lohnt sich. Da gehen die 1,2 Kilo auch schon los mit 16,2 Silber. Das lohnt sich. 18 Silber und so weiter. Also im Großen und Ganzen kann man da mal reingehen. Kratsching. Verkaufen den ganzen Sermon. Die Trophy immer noch nicht gefangen. Aber vielleicht fängst du sie ja. Petri. Bis zum nächsten Video hier auf YouTube. Oder den Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs und Freitags. Ab 21 Uhr. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal.